Ja, ein Schwerpunkt also in der Rede des Kanzlers war natürlich auch die Wirtschaft und genau damit haben sich auch drei prominente Unternehmer gerade auseinandergesetzt und ein vielbeachtetes Buch herausgebracht. Geradezu ein Manifest, dass wir alle die Wirtschaft irgendwie neu denken müssen. Sie ist zum Monster verkommen. Und einer dieser drei ist jetzt bei mir, Vordenker, Nachdenker, Querdenker und erfolgreicher Chocolatier Josef Sotter. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Verkaufen Sie eigentlich jetzt mehr Schokolade in der Krise? Nein, es ist irgendwie, es ist gleichgepakt. Also die Depression, die gibt es auch nicht. Wird nicht aufgefangen mit Schokolade. Gut, Glück würde die Krise eh nicht wirklich beiseite schaffen. Sie haben eben dieses vielbeachtete Buch geschrieben, da haben wir es, sagen wir es her, eine neue Wirtschaft, heißt es, zurück zum Sinn. Ist die Krise der Grund für das Buch? Ja, natürlich. Jetzt ist natürlich Corona gekommen und da ist es irgendwie, das ist so ein Deckmantel, aber die Wirtschaft hat ja schon vorher gekränkelt. Und wir haben schon vorher überlegt, dass das, ich meine, das haben sich viele überlegt, dass es so irgendwie nicht mehr weitergehen kann. Und wo dann Corona dann gekommen ist und der Shutdown dann war, war natürlich, waren wir alle verschreckt und was wird sein. Und dann haben wir uns halt auf unsere Wurzel sozusagen besonnen und überlegt, dass man eigentlich die Art von Wirtschaft, die wir jetzt haben, dass die echt monströs ist, beziehungsweise wahrscheinlich nicht wirklich Zukunft hat. Was ist denn also monströs? Also Sie wollen die Wirtschaft neu denken, um es zusammenzufassen. Was läuft schief? Im Moment ist es so, dass so viel Geld im Umlauf ist und das Geld eigentlich nichts kostet sozusagen, also dass es keine Zinsen gibt. Und ich meine, wir sind ja schon lange als Unternehmer tätig und also wenn Wirtschaft so für so lang mit Geld geflutet wird, dann nimmt das Geld natürlich einen Weg zu, 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 natürlich ins Großkapital. Das sieht man ja jetzt, die Börsen steigen überall und in Gold wird angelegt und in Immobilien und das ist derartig überzogen, dass da, dass es echt gefährlich wird. Und die reale Wirtschaft, also schon wie wir das machen, dass wir Produkte produzieren und vervielfältigen und verkaufen und dann wieder investieren oder so, die hat jetzt ein bisschen das Nachsehen. Und ich meine, natürlich, die Wirtschaft hat jetzt, es ist so ein kollektives Jammern und alle halten die Hände auf und sagen, ich brauche was und ich bin arm. Das war auch gut von der Regierung, dass sie das am Anfang so gehandhabt haben und signalisiert haben, dass es sozusagen kostet, was es wolle. Aber dieser Saga ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen kritisch zu sein. Aber waren Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit? Wir waren nur ganz kurz in Kurzarbeit, also einen Monat, bis wir uns so orientiert haben und dann sind wir sofort wieder zurück auf Normalstand und haben jetzt sogar wieder um über 20 Leute mehr wie vorher. Der Kanzler hat heute ja große Rede geraten, haben wir gehört, auch mit Schwerpunkten, die Sie im Buch eigentlich auch haben. Also natürlich Wirtschaft, Arbeit, Digitalisierung. Er hat dann auch gesagt, es soll ein Gründerpaket geben, steuerliche Erleichterung für KMUs, eine Digitalisierungsoffensive. In den Kantinen sollen mehr regionale Produkte verkauft werden und so weiter. Klingt das für Sie visionär? Ja, visionär ist es auf jeden Fall. Das ist auch gut so. Also wir haben jetzt wirklich die Gelegenheit, sozusagen den Green Deal zu machen. Also das ist natürlich jetzt oft einmal so ein fiktives Wort. Und das ist auch der Grund, warum wir mit dem Buch darauf hinweisen, dass man sagt, na gut, wenn wir schon reden davon, dann kann man es jetzt aber wirklich machen und jetzt auch wirklich umsetzen. Und in grünere, nicht nur grüne, aber in Projekte zu investieren, die vielleicht zukunftsträchtig sind. Wir haben ja den Klimawandel vor uns. Also es ist jetzt eine gute Gelegenheit, jetzt wirklich Maßnahmen zu treffen oder steuerlich, heißt ja Steuern, so zu steuern, dass halt diese Art von Wirtschaft sozusagen jetzt stärker wird, dem wir uns alle wünschen. Und das ist, Wirtschaft ist für die Menschen da und nicht die Menschen für die Wirtschaft. Also Wirtschaftsgut ist dem Menschengut. Ja, das war ein Sager, der ist, der kann man interpretieren, wie man will, aber so wie ja gesagt worden ist, ist es sicher nicht gut, sondern die Wirtschaft ist nur für die Menschen da. Und es ist halt, wir müssen jetzt wirklich darüber nachdenken, wie wird Arbeit neu verteilt, wie wird das in Zukunft sein, kommt eine 35-Stunden-Woche, was werden wir für Ideen umsetzen? Großes, großes Thema für viel zu wenig Zeit natürlich in dieser Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir legen das Buch allen ans Herz, zu lesen. Danke ganz herzlich für den Besuch. Ich sage danke, tausend Dank. Wiederschauen.